So, Brustpanzer. Eine E-Trune, so viele Runen hier. Ich glaube, ich gucke gleich mal... Ach ne, sonst brauchen wir erstmal einen gesockelten Gegenstand. Erstmal brauche ich mir einen gesockelten Gegenstand, bevor ich nachgucke, wie einzelne Runenblörter lauten. Hab ich mir jetzt gerade überlegt. Ich würde erst sagen, ich gucke gleich mal die Runenblörter nach, aber ich gucke dir erst nach, wenn ich die auch wirklich brauche. Okay, okay. Das ist echt witzig. Okay. Hier habe ich noch zwei Haltränke für. Moi. Oh mein Gott. Verbrennt. 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 Ein Haltrank. Ein guter Mana-Trank. Den können wir gleich da reinnehmen. Knochen mehr brauchen wir nicht. Gold. Gold, 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 gold. Hm. Wir gehen hier oben weiter. Tiefer in den Tunnel. Oh mein Gott. Ah, hör auf mich anzugreifen. Ah, hör auf mich anzugreifen. Eine Maske. Und wir... Hä? Der ist gestorben. Unser Begleiter ist gestorben. Ja, wir sollten mal ein bisschen... Wir sollten mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die uns hier alle wieder verrecken. Ja, das gibt's doch nicht. Ah. Den hole ich aber nachher erst wieder. Jetzt habe ich keine Lust, den wieder zu holen. Oh, oh. Oh, oh. Ah, je, 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 je. Mana-Trunk. Ich geh oben lang. Ich geh hier entlang. Oh mein Gott. Wie aufgescheucht die sind. Ich finde das irgendwie witzig. Ah. Ah. Ah! 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 Ha, 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 ha! Da ist noch einer. Geil! Ähm... Guter Heilsdank! Ich hab hier irgendwas klingen machen. Ja, der Fehler auf der Truppe, was war das? Ein Halsschrank und das ist jetzt der Kopf, den wir mitnehmen und den Rest lassen wir liegen. Das lassen wir liegen. Wir haben so ein Lager von diesen Einheimischen. Sehr interessant. Hier ist noch eine Truhe und da kommen noch mehr von denen. Sterbt, Einheimische! Sterbt! Äh, Tagi. Äh, die kriegen wir mit, keine Sorgen, die kriegen wir mit. So, die kriegen wir mit. Hm. Oh. Hm, 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 hm. So viele Mana-Tränke brauchen wir gar nicht. Wir brauchen eher mehr Healtränke. Das war eine Falle. Oh. Sterb. Ach, ja. Wie so aufgescheuchte Hühner. Voll süß, die kleinen. Da, 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 da. Hmm. Okay. Oh. Oh man. Ja, die sind alle auf dieser Insel, da kann ich die nicht erreichen. Ich nehme mal einen Schluck hier raus. So, ach komm. Stirb. Da ist ein Ring. Und die Eid-Rune. Heiltrank. Gold. So, das war's erstmal. So, das war's. 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 So. Nehmen wir den Heiltrank. Nehmen wir das alles mit. Ich bin wieder ans Mikro gekommen, tut mir leid. Ach. Hallo. So. So. Fehlerhaften Topaz. Dann können wir weitermachen. So, können wir die erweitern. die E-Trune. Die E-Trune. Die E-Trune. Das Maragde kriegen wir irgendwie sowieso keine. Flügel der Geister. Flügel der Geister. Können wir alles verkaufen? Ja, können wir alles verkaufen. Auf zu Ormos! Hallo, Ormos! Was? Hmm. Wie ich mal ein paar Heiltränke. So. Ähm. Oh, da war noch was. Du, weg. Und jetzt wieder zum Goldschatz. Und dabei haben wir ziemlich viel... Nein, 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 nein. nochmal zurück, so, jetzt habe ich das Fraps anzeigen lassen, lauter Fades heute, schon wieder,